Ne, nein, wer war das? Wer war das? Ich, ich, einer. War doch schon. Doch! Ich, einer hört sich immer so an, als ob du mit dabei bist. Ich weiß nicht mehr, wo. In jedem Video! Da war der Limit-Kalider drin. Du kriegst alles zurück, was du all die Jahre bei meinen Videos gemacht hast. All die Jahre! All die Jahre! So rein! Ich krieg den richtigen PPP-Wesen-Stadtfest-Feeling. Das ist Feuerwerk. Vorbei, Jungs. 5 Kilometer. 5 Kilometer. Angebeln, ich denke mal, das ist sehr wahr. Obwohl es auch zuerst ist. Und hier Stimmung kommt. Das ist alles das jetzt noch zuerst. Das ist alles richtig. Aber das ist mehr Leute. Das ist echt geil, ich. Aber auch mehr Leute. Was ist richtig geil. Ja! Also das ist echt geil. Da fehlt das Gewinn doch. Jetzt kommt man noch nicht rein, jetzt 2x in einem Jahr. 2x in einem Jahr, hier müssen wir rein, ne? Ja. Aber jetzt haben wir ein besseres Geschäft. Oh, wuss ich. Jetzt ein Eisleben. Eisleben. Warum auch immer. Ich kann auch loskommen. Warte mal, ich kann aber rauskommen. Warte mal. Warte mal. Ja, wir haben die Zeit einmal zugefügt. Lothar! Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Das ist vom Namen der Geist von D.O. nicht so ganz. Oh, ein Transformer-Konker! Guck mal an den! Ganz toll! Von den Boden vorne rein, wie du würde ich mal sagen. Ja, der ist der Boden. Mit den Bögen und so. Ja, gute Bögen. Erregung mit dem Waden. Ich genau will auf jeden Fall von Schneider draußen, die haben aber nur bespürt. Das ist auch lustiger gesagt, guck mal, das ist ein Jumper. Dann geht's ab. Das ist ein Jumper. Das ist ein Jumper, das ist ein Jumper.